Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Episode von Minecraft Revival und warte mal Warum ist hier V-Bucks? Ich weiß nicht, den Fortnite? Servus, wolltest du was kaufen? Ah, ich krieg Damage! Ich brauch, ich brauch hier. Oh 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 oh. Warte, warte, Dings, ich bin... Oh, nicht Eintreten! Ey, 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 ich krieg Damage! Warte, 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 ich bin zufällig Professor der Westenbieger. Warum ist hier tausend V-Bucks? Äh, okay. Ich krieg Damage, ich krieg Damage, ich krieg Damage, ich krieg Damage. Warte, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's! Ne, 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 ich krieg mir in Kälte. Oh lol! Hast du grad gesehen? Die ganze Welt hat grad neu geladen, jetzt ist das Grasgrüner. Oh lol, hab ich dir mal ganz schön mit? Ich hab's grad zum ersten Mal mitbekommen. Oh mein Gott, hier ist sie. Komm mit, äh, ich zeig dir mein, ähm... Was, du? Komm mit, ich hab grad mein, äh, Dings hier mitgekommen. Ah, ich hatte ein V-Bucks, ob ihr auch einen... Ne, oder die softeigen V-Bucks, wie ich anpacken... Oh, was? Du bist hier, Servus. Hey Leute, ich kann's doch auf und zu machen. So. Also, ähm, wir lesen, 9,99 Euro, ein V-Bucks. Sind die V-Bucks, äh, sind die V-Bucks verpackt oder, äh, oder was genau? Was, was, was mach ich damit? Sag's mal ehrlich, wissen Sie nicht, was V-Bucks sind? V-Bucks, äh, da kaufen wir mal einen Skin in Fortnite mit Kreuzer-Code. Ja, am Fortnite, ja, am Fortnite. Hallo? Ähm, ich hab Diamonds, äh, oh mein Gott! Personal-only. Ich würd gern, äh, ein V-Bucks kaufen. Äh, an einem V-Bucks. Ah, ich hab's, ein V-Bucks. Oh, mach' ein V-Bucks. Ah, ein V-Bucks. Wir haben ein V-Bucks. Ah, ein V-Bucks. Geil! Hey, ein V-Bucks. Wir haben die sinnvollsten Mods. Was? Inklusive. Melon-Juße? Ich hab schon richtig viele Melon-Juße. Ähm, ich hätte gern noch ein V-Bucks, ich hab zwei Dimes gegeben. Schau dir mal den Boden an von mir drinnen. Ja, hab doch alles voll mit Vibugs. Schau mal in den Chest ran. Was macht das? Ach, das macht das Wärmedings. Geil, Leute. Minecraft, Minecraft, Vibug. Minecraft, Vibug. Minecraft, Vibug. Minecraft, Vibug. Aber jedenfalls, Leute. Ach, das ist dein Stab, gell? Ja. Leute, wir haben offiziell jetzt hier im Shop, hier, auf shop.gaviti.com, die brandneuen Timelona Diamant T-Shirts, die gab's vor über einem Jahr mal, aber weil so viele nachgefragt haben, haben wir jetzt wieder im Shop hier, weil so viele sich das gewünscht haben. Wie haben es Timelona Regenbogen Design mit den, äh, äh, Kristallentieren, äh, was bisher so auf der Tour gab auf der saftigen, äh, Waispen-Tour. Ja, Meini, Waispen. 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 Ja, die, die, die. Ähm, und ganz neu ist das Timelona Dunkelregenbogen. Es hat eine Neon-Version. Das gibt's auch in Febermäppchen. Also wenn er in die Schule geht. Yuri, gehst du in die Schule? Äh, ja. Ich muss hier gerade Feintuning machen, äh, warte. Äh, Feintuning, warte, warte, warte. Machst du es ein bisschen dicker, warte, warte, zack, zack. Warte, ich hab kein Feintuning, warte, warte. Was machst du mit Feintuning? Feintuning. Ey, wie groß kannst du das machen? Schau, das Feintuning. Okay. Ah, das ist ein Bock, geil. Warte mal. Ey, wie geil kannst du es eigentlich machen? Schau mal, wenn ich jetzt das mache. Ich hatte keinen Müllbock. Erwösen. Ey, warte. Rind, glaubst du, Sarkrash, wenn ich 100 mache? Alter. Oh, what the hell? Ja, Leute. Jetzt finden wir, wenn wir auf jeden Fall wiederfinden. Oh, mein Gott, wie riesig das Dunkelregenbogen-Logo ist. Äh, mach nochmal. Ey, wenn du 1000 machst, Sarkrash, das ist ja 100%. Machs nicht. Ich mach 10.000. Nein, machs nicht. Das ist Crasht. Du hast 1000 gemacht. Oh, mein Gott, das lag. Ich seh gar nichts mehr. Es ist zu groß. Ich seh nur den ersten Stein noch da drüben. Alter, was? Das lag legit. Mach mal, warte mal. Äh, eins mal. Nein, schau mal. Nein, 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 schau mal. Wo ist es hin? Ah, ich weiß, was du gemacht hast. Warte mal, ich weiß, du hast das gemacht, schau. So. Warte. Geil. Warte, jedenfalls, Leute. Das gibt es alles auf shop.carefro44.com. Schaut vorbei, Leute. Es lohnt sich. Sieht mir doch mal die Trend hier. Ja, mein neuer Bann auch hier. Ich finde, der sieht echt geil aus. Hier mit den bunten, hier links, mit dem dunklen, rechts in der Mitte mit Diamond. Und hier, ich glaube, wir würden nicht, weil wir würden packen. Haben sie auch als Chessbild zum Anziehen. Und ich ziehe mir jetzt mal hier, glaube ich, das Regenbogen an. Hier, das wollte ich in Chant. Das ist mir ein bisschen Chant. Wir waren nämlich letzte Folge in der Dimension und haben, glaube ich, alle die geilsten Sachen der Welt irgendwie gefunden. Ähm, so. Haben wir noch ein Lapis? Haben wir noch welches? Ich glaube schon, oder? In unserem Dings. Eigentlich, ich habe nicht geschrieben, Flo. Julian, ihr seid eigentlich so weit. Ich glaube, ihr seid unzerstörbar in Minecraft Revival. Minecraft Revival. Auch, also, obwohl wir jetzt schon auf Hardcore spielen, ich glaube, safe ist es. Ich bin wirklich... Oh, lol. Was habe ich hier reingeworfen? Ich habe Fawns. Ja, ich habe gerade Fawns Protection und Unbreaking bekommen. Alter, das ist mega stark. Oh mein, ey. Ich habe hier noch etwas anderes zum Anchanten. Meine Schaufel vielleicht. Äh, kriegt irgendwas? Unbreaking? Ja, egal. Ich habe nur Unbreaking bekommen. Alter, ich wäre gerade... Äh, hier sind drei Tiere bei uns drinnen. Wirklich? Ja, die springen über den Zaun die ganze Zeit, gell? Keine Schnitzel. Da ist irgendwie... Schnitzel der Fünfte? Schnitzel der Fünfte in Kuhform. Keine Schnitzel? Schweinschnitzel? Schnitzel der Fünfte in Kuhform. Puckerschnitzel? Fuchse. Aber wo ist eigentlich Surschnitzel? Kakao, kein Schnitzel? Ey, wo ist eigentlich Sushi? Hast du den schon, äh, Dings? Hast du den schon benannt? Oder wo wolltest du das Tiefel erst machen? Das wollte ich eigentlich nachher erst machen. Okay. Jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, Leute. Ey, Julian, glaubst du, man kann den Fliegenschläger entchanten? Ich glaube, es geht. Fliegenschläger? Ich glaube... Ich glaube, es geht nicht, oder? Ne, es geht nicht. Aber ich wette, es geht, wenn du ein Buch machst und dann ein Ambus drauf, oder? Aber jedenfalls, Leute, was wollen wir heute machen, Julian? Wir wollten heute, glaub ich, in den nächsten Dimension gehen. Warte, das wollte ich eigentlich entchanten. Das geht leider nicht. Protection. Warte, hast du Fortune 3 irgendwo? Warte, äh, doch, ich hab Fortune 3. Da, 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 da. Wir können es verbessern. Warte, wo war unser Tom? Wir haben doch irgendwo mal einen Tom gehabt, oder? Warte, lass mal runtergehen. Ich glaube, es haben wir unten in der Mine gehabt, oder? Jo, mei. Lass mal schauen. Jo, mei. Oh, wir sind in der Mine. Oh, wir sind in die... Oh, wir sind in die Hütten. Oh, wir sind in die Hütten, in die Hütten, in die Hütten. Oh, wir sind in die Hütten. Ich glaub... Jo, geh mal nur oben und nicht unten. Ich schau mal, wer schneller ist. Ich glaub, es gab nicht einfach nur durchlaufen. Nice, nice Dings. Oh! Ja. Was? Oh, oh. Was passiert? Oh, oh. Ich bin in der Mine. Was passiert? Äh... Äh... Äh, Creeper? Oh, Mann? Oh, Mann? Äh... Äh, wir haben ultra viel Zeug. Wir haben nur Bullen-Crystal. Wir haben Ruby im Boden. Oh, oh. Äh... Lass mir eines hochlage, oder? Ich weiß nicht, ob das gerade eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, aber Suuschnitzel ist irgendwie gerade gestorben. Und ich hab Block zur Stadt. Nein! Nicht Suuschnitzel! Er war das Suuschnitzel der Welt. Haben wir eigentlich irgendwo... Bessere Frage. Äh, wo hast du das Tom hingelegt? Wir haben doch irgendwo mal so ein Tom gefunden von Fortune. Oh, nee. Oder, warte mal. Oder... Hat es dieser Village angeboten? Warte mal, ich geh mal kurz hoch. Oh, Leute. Du hast ja auch Zweigste, wenn du schlägst. Äh, nimm mal so viel mit, wie du kannst und lass mal hochlagern. Äh, zumindest die wertvollen... Wir müssen ein Grab für Suuschnitzel bauen. Wirklich? Ja, okay, dann bau mal du. Okay, Illusion in the Meta. Oh, ich hab eine geile Idee, was wir nachher machen können. Okay? Lass mal nach oben gehen und alles ein bisschen umlagern. Ja! Also, der Folge ist, Cam. Wir haben jetzt hier richtig viele Sachen. Schön, Schau mal her. Was? Ich glaub, genau. Wir haben 27 Garit. Und wir müssen Garit Rüstung machen. Ich glaub, das ist richtig strong. Du kannst das Garit nix anders machen, nur Rüstung. Also, ich glaub, das können wir machen. Oh, oh. Wir haben ein bisschen Garit. Äh, ich glaub, das passt richtig gut dann zu meinem neuen T-Blo. Äh, äh, Rüstung-Shirt hier. Jetzt fällt das Falken auf. Ne, weil ich glaub, das geht. Ne, das kannst du nicht. Aber in der neuen Version kannst du das dann Dingsen, glaub ich, auch abändern. Egal, das machen wir ein andermal. Ich hab noch ein komisches Block. Äh, jedenfalls, ich hab mir Emerald hier jetzt mit dabei. Ich hab ein bisschen Labis, wenn du noch Enchant-Mülls und Illusion in the Meta brauchen wir unbedingt, Julian. Äh, weil ich hab mir Illusion in the Meta eigentlich reingepackt. Das ist von diesen komischen, äh, 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 Fikern. Äh, mit denen kannst du supergeile Sachen craften, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das geht. Warte mal. Ich packe jetzt mal da rein. Ganz unten. Ey, du hast uns eigentlich richtig schlecht nach Farbe sortiert. Warte, eigentlich musst du das hier ein bisschen ummachen. Als Lila-Sachen umsinn. Ey, du hast uns gar nicht nach Farbe sortiert. Warte. Äh, ich dachte, du hast uns richtig schön nach Farbe. Äh, 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 äh. Ist irgendwas explodiert? Vielleicht. Julian? Warte, wir haben jetzt hier die ganzen Lila-Sachen hier. Hier sind blaue Sachen. Aber wir kommen jetzt viel leichter nach oben. Was hast du gemacht? Warte, ich, ich, ich würde gar nicht schauen. Ich schau gar nicht, okay? So haben wir hier blau, grün ist unten. Ey, Leute, schaut mal. Das ist alles richtig schön sortiert hier nach Farben. Ist da, zack, zack und zack. Na, was? Oh, Leute, was hast du? Äh, äh. Du musst deinen Dings kaufen. Für den Challenge fliegt nach ganz da oben und dann springt runter. Okay, ich kann das nach... Okay, warte mal. Okay, egal. Ist das gut? Ich hoffe, wir sind mit dem Villager. Julian, wir wollten noch in die Dimension gehen. Das haben wir der XXL-Folgen, okay? Ja. Und der Villager ist gestorben. Was ist der Villager? Der Geile, der das Angebot hatte. Oh, oh. Oh, ist der befreit? Nee. Ist der gestorben? Der im Gefängnis. Oh, oh. Ich habe ihn vergessen zu füttern, oder? Oh, nein. Ich war... Nee, davor brauche ich noch einen Grab. Das muss sein. Egal, ich habe einen Grab. Nein, ich wollte bis jetzt einen geilen Tom craften. Äh, egal. Äh, ich habe schon... Ich habe Fortune 2. Dann mache ich zu meiner Spitzsache Fortune 3, okay? Ja, mach das. Warst du Fortune? Äh, ich habe es gerade gegeben, eigentlich, oder? Kautiker 440 Pickaxe. Ähm, das ist die... Äh, das ist der... Ha, äh, Innsbrucker... Ähm, einer. Ähm, der Zerschnitzler. Und das ist, äh, äh, der Wiener Würstler. Wiener Würstler. Der Innsbrucker... Ey, aber was ist ein Wort für Abbau mit I? Ähm, äh, in... Äh, in... Was ist ein Wort mit I? Oh, ich nenne ihn andersrum. Innsbrucker, äh... Äh, den Linzer... Den Linzer... Äh, Läger... Ist Linzerstrange. Ist Linzer... Was ist ein Wort mit L? Sagen Wort mit L, was österreichisches. Äh... Ha, Linzer Lederhosen. Ha, Linzer Lederhosen. Stimmt, so nenne ich mit der Hose. So nicht mit der Hose. Du bist mit der Hauptstadt des Österreicher irgendwas witziges machen. Ähm, fällt mir was zu Innsbrucker ein? Äh, Innsbrucker... Innsbrucker Dache. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Innsbrucker Dache. Das ist Innsbrucker, aber nicht mit I. Wir wissen I und I, verstehst du? Immer das selbe Buchstabe. Innsbrucker... Innen drauf. Was machen wir hier die Stiefel? So, zeig, zeig. Was ist mit meinem Helm? Ich glaube, mein Gariethelm ist geiler. Ja, ich glaube, der Stärke ist mein Chaoshelm. Äh, Inchant ist mein... Hast du noch ein paar Level? Übrig? Äh, 14. 14, ich hab 24. Okay, ich entchant dann einfach hier... Kann ich nicht voll Level entchanten, aber ist egal, okay? Das bestellen sich Leute wieder... Fly, Inchant, die Folge nur! Aber Leute, Inchant ist wichtig, okay? So, Respiration Protect. Protection 2 geht eigentlich voll klar. Nochmal Protection 2. Und Protection 2, ja? Nein! Ich hab's falsch gemacht. Ich hab jetzt einfach... Oh, ist egal. Ähm, okay? Das heißt, ich hab jetzt hier meine voll rote Rüstung. Äh, nee, nee, meine voll grüne Rüstung. Ey, es passt eigentlich voll gut. Mit dir sieht es zwar nicht ganz so geil aus, weil du hast wahrscheinlich Dings... Warte mal, du kannst die Rüstung nehmen, wenn du willst. Die rote. So, und das benenn ich jetzt alles um, okay? Ähm, wir haben jetzt hier die, äh... Die Linzer Lederhosen. Linzer Lederhosen? Was, was ein Helm? Gibt es hier eine Hauptschule mit Haar? Ähm... Äh, weiß ich nicht. Das Innsbrucker Dachel, oder? Die Innsbrucker Dachel. Das Dachel, oh mein! Warte mal, und was passt zu Stiefeln? Ähm... Oh mein, das passt nicht perfekt, das habe ich alles umbenannt hier. Ähm... So... So, die von Ihnen fliegen, Katscham? Ich brauche noch was für eine Axt hier. Ähm... Mein Dings ist kaputt, ist egal, ist ins Programm meiner. Ähm... Egal. Äh, Jürich, ich glaube, wir sind ready, oder? Warte noch, warte noch. Ähm... Wir haben jetzt für den Tag, heute ist Montag, gell? Äh... Äh, 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 ähm... Ich glaube, äh... Ja, warte mal, heute kam heute Revival. Ich glaube, heute, wenn ihr die Folge seht, bin ich in Linz hier. Also jetzt, ihr habt noch die Chance, Leute. Nächsten Samstag könnt ihr comment auf bit.doom.com. Slash flow.sp nach St. Pölten. Sicherheits-Tickets nächste Woche am Samstag bin ich in St. Pölten, Niederösterreich, in meiner Heimatstadt. Ja, joh, meil. Äh, nicht Stadt, aber Heimat, äh, Bundesland. Ähm... Heute ist, äh, keine Ahnung, Folge 10, oder? 10? Nee, warte, 11. 11 ist schon, oder? Äh, 11. Warte mal, 11? 11. Ey, komm, lass es losgehen. Jürich, warte noch so lang. Was machst du noch? Entschuldige, ich habe noch Smite, theoretischerweise. Lüder, aber wir haben keinen Amboss mehr. Haben wir Eisen genug für einen Amboss? Ja, ich glaube schon, oder? Geht's dir aus? So, hier ist eine Workbench. Ich habe oben eigentlich eine komplett unnötige Workbench platziert. Oh, okay, so. Wir wollen heute nämlich in die nächste Dimension gehen, okay? So, zack, dann kraft ich einen neuen Amboss. Dann kann ich noch Protection-Dings drauf machen. Und dann gilt's, oh, bin ein, oh, bin die, oh, bin die Dings, die heaten. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Kann ich Protection-Feed drauf machen? Ich will noch von meinen Dings, was? Oh, da, schau mal. Ja, hi, schnitt, johm, I will. Ah, johm, I. Nein, 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 nein. Okay, perfekt, mein Innsbruck ist hier alles hier. Was denn? Lol. Ich hab das sogar da unten in den Chess platziert, wo die ganzen, die anderen Sachen, äh, wo die ganzen Dings sind, ja. Da kannst du rechnen. F to pay respect, weil ich mach jetzt hier einfach, denkst du so, F. Okay. Egal, Leute, ähm, ich glaub, wir wollen jetzt hier losziehen. In die Mine, in die Schacht hier, rein, runter. Also, ich glaub, wir können jetzt hier runtergehen, in die Mine und dann das Portal öffnen, weil, guck mal, ich glaub, wir haben jetzt hier... Genau, ich hab alle Portale. Ich wollte mich heute eigentlich noch nicht in das Portal reingebauen. Viele haben in die Kommentare geschrieben, Flo, das, äh, von letzter Folge, äh, das, äh, was, dieses Schokoladenportal ist absolut schwer. Ja, ähm, und das sollen wir laden nicht. Jetzt machen wir auch stärkeres im... Alter, oh mein Gott, du hast gefixt. Jetzt geht's instant. Ja, dein Dings hier. Äh, nur, meine Nightwishen ist weg. Äh, also, das ist ein anderer Helm wahrscheinlich, oder? Ja, ich hab jetzt einen anderen Helm. Okay, lass mich hier abbauen. So, zack. Und boah, jetzt hier, Peppermint Portalframe. Peppermint Portalframe. So, geht's hier überhaupt aus? Warte, oh, oh. Geht's hier so aus? Äh, ich glaub, wir müssen's so machen. Äh, so. Das, wenn alle Blöcke, die ich hab, weil das Schokoladenportal ist absolut schwer. Äh, lol, du hast die ganze Zeit auch kein Nightwishen? Ja, ja, ganze Zeit schon. Ach, lol, okay. So, aber das geht's öffnen. Ich glaub, das letzte. Ja. Ich glaub, nachdem gibt's nur noch das Schokoladen-Netherportal. Ich glaub, die Kinder jetzt, weil es 90-zeig sagen, ja, jeet. Okay, ich bin drin. Okay, okay, okay. Mal schauen, wo wir rauskommen. Ja, jeet. Oh, lol. Oh, ne, eben. Gieß Frösche. Frösche. Hey, wo ist mein Schwert? Oh, böse. Schwert? Hast du ein Schwert? Frösche. Hey, mein Schwert ist weg. Hey, wo ist mein Schwert hin? Ich glaub, das ist eine Eis-Dimension, eine Frost-Dimension. Weil, pass auf, nicht. Ich hab ein Frost-Schwert. Vielleicht haben wir es konzentriert oder einfach removed. Ich hab jetzt nur ne Axt. Oh, oh. Oh, 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 my God. Ich bin low. Hast du ein Schwert oder irgendeine Waffe für mich? Okay, äh, nee, wirklich. Leute, ich hab ein Schwert bekommen von dem. Äh, okay. Ich hab das noch was. Spiderfang. Siehst das? Ich hab ein Eisenschel bekommen. Ich hab so ne Art. Glaubst du, ich glaubst, können wir meinen gehen? Ich glaubst, das ist die Süßigkeiten-Dimension. Glaubst du, ich glaubst, das ist die Süßigkeiten-Dimension. Glaubst du, ich glaubst, das ist die Süßigkeiten? Glaubst du, das ist die Süßigkeiten? Das ist die Süßigkeiten-Dimension. Aber ich glaubst, das ist ja nicht cool. Also, geh mal mit Gott. Es gibt selbst ein neues Recher. Komm, es gibt doch ein Dorf, nee, oder? Schlaß ist ein komisch. Ein Orfisch? was endendorf die sind wirklich viel schirm im wasser siehst du das ich bin gerade meinen ich brauchte ich brauche hilfe glaube ich ich kämpfe gerade gegen so einen komischen aber irgendwann muss ja wie eine ampel ist das hier das ding ist das gute wasser unter wasser ich weiß das gute wasser es kann sein oder es war damit nimmst du mit mit dem wasser immer alles wie man sich hier eingriff ist richtig stark was ein brutal viel leben mit worte bagger peppermint soll ich bekommen mit water bucket er richtig geil das ist ein rotes wie ich glaube es ein boss oder geschießt mit dem stadt ich will mal schauen wie stark das ist aber ich treffe es nicht was ist das ist ein vogel ein strauß kann man den zähmen das greift nicht an weil der ist ein villager egal es hat peppermint soll bekommen das war kunden bisschen ich glaube dass du mit der reich geile dimension zu erkunden wenn man so betrachtet oder eigentlich schon oder vielleicht gibt es zum ersten mal wir dürfen nur nicht unser portal verlieren schauen ob ich hier irgendwo ob du irgendeine schluchte irgendwas findest wo wir in eine mine rein können oder ich brauche mich mal sowas sortiere ich an oder sind die berge gehen in die alpen in die alpen das sind wieder solche vier hier das ist das komische spinnei warte ich habe ich habe durch die greift möglichkeit das ist der kunden schau wie er hat sie ja auch schon mal da ist ja wieder schlucht wir können runter tauchen und dann schaut oben gott im der mensch weil ich dich schlagen habe also das hast du lol das ist bedrock ok pass auf das ist ein fischer das ist ein dungeon das ist ein dungeon das ist ein dungeon das ist ein dungeon ey ich habe die fischer warte ich bopf ok ist ein ohr es sind sehr gute sachen stuff of the canes oh lol stimmt aber meint es gibt noch ein anderes portal glaube ich peppermint shirt peppermint shirt du kannst die schads haben das mache ich oh so schade ich habe eine 19,5 attack damage schwerste ich habe stuff of the canes ich baue nicht mal rüber das ist ein ohr drüben pass auf warte fricking skills aller richtig geil peppermint plate peppermint warte mal peppermint shirt ich glaube die finde das so auch noch oder speermint Okay, warte, da unten ist doch eins. Wollen wir ein bisschen noch abbauen oder wollen wir nach Hause gehen? Wir haben eigentlich schon richtig... Wir haben eigentlich das Portale gefunden, oder? Ich hab grad keinen Fall-Damage genommen, irgendwie. Äh, ja, wahrscheinlich wegen der Rüstung. Ist da unten noch irgendwas? Ich glaub nicht, eigentlich. Ich glaub nicht. Weil, haben wir... Hast du ein Winter mit Portale öffnen? Ich glaub, da haben wir schon mal irgendwo gefunden, oder? Ja, ich glaub schon, oder? Wahrscheinlich haben wir ihn zu Hause. Ich glaub, das ist die letzte Dimension dann. Aber Winter ist die große, glaub ich. Die können wir nächstes Volk vielleicht machen. Hier ist doch ein komisches Ohr. Ein anderes? Ja, kein grünes, ein rotes. Wirklich? Warte, wo bist du? Hier oben, hier oben, warte. Oh, ich seh's. Und das ist was? Shem. Einfach Shem? Shem. Okay, geil. Ich hab's sagen, dass wir doch rausgehen. Shem. Wir haben uns hier einige Sachen gefunden, die uns was bringen können. Okay, und dann lag ich mal hier. Wir haben jetzt Winterportal-Frame. Ich hab so viele Portale hier eigentlich im ganzen Projekt. Hauptsache ist auch ungebraten, sofort drin. Wir haben jetzt Peppermint Soul. Peppermint Soul. Peppermint Soul. Ich glaube, wir können noch ein Portal jetzt machen. Ich glaube, das ist die letzte Dimension. So, zack. Was ich noch machen wollte. Genau. Ich wollte mir Rüstung oder den Schwert machen aus Norboden-Kristall. Leute, schau mal, wie stark das ist. Warte mal, Norboden. Was braucht man da? 36 Attack Damage, oder? Ich brauche mal einen Iron Rod. Oh, oh. Willst du auch eins? Wir haben genug Tio. Ja, 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 ja. Ich brauche einen Iron Rod von dir. Warte, warte. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Nevermind, Nevermind, okay. So, zack und zack. Bam. Hier, komm her. Willst du es haben? Warte, ich mache gerade was Cooles. Alter, 36 Damage. Wie stark ist es bitte? Ich glaube, es ist stärkisch für das Spiel. Kann es sein? Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-baj-bo-bo-bo-be-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Lasst uns schauen, sonst wird hier vorhin wieder ultra-lang watershung. Warte? Wo bist du? Bist du mein Chant'n oder was machst du gerade? Hier bin ich. Ich bin hier, sodass es sich empire war. Was ist das für ein roter Tick? Das ist ein richtig queller roter Tick. es ist ein schwer mit 37 also meins macht den ich habe keine dings mehr das ist irgendwie meine level genommen ich habe kein level mehr habe ich auch paper mit blöd es ist wirklich paper mit paper mit okay ihr Leute ich will mal in der Stelle sagen wir bestärken es für das Spiel haute rein bis nächstes Mal shop von karskof vorbei für die saftigen 3 neuen designs oh leckung ich kann den machen haute rein abonniert uns beide shoppeln vorbei ja ciao Outro